Erzählen wir denen ja jetzt eine Geschichte. Wie heißt der eigentlich? Irgendwas mit Mehl. Ehm... 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 Also ich würde ja... Kennst du diese ganz kleinen blauen Blumen mit Schwarz in der Mitte? Vergiss mal nicht. Für dich so einen riesigen Strauß und dann... Hm... Ehm... Oder Graffiti. So... An die Wand. Ehm... 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 Ehm...